Du möchtest ein Programm für deine privaten Finanzen, das dir auch umfassende Einblicke in deine Ausgaben bietet und dir hilft, deine finanziellen Ziele zu erreichen? A Shampoo Money Pro ermöglicht genau das. Und in diesem Video zeige ich dir, wie du dein privates Bankkonto einbinden, wiederkehrende Transaktionen einrichten und dein eigenes Budget definieren kannst. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß dabei. Links in der Mitte kann ein eigenes Konto angelegt werden. Alternativ können Transaktionsdaten aus einer Excel-Tabelle importiert oder auch direkt über eine Anbindung an eine der über 2500 möglichen europäischen Banken importiert werden. Ich lege jetzt ein Konto an, um zu zeigen, wie ich meine Transaktionsdaten über den Import meinem Konto zuordnen kann. Dazu gehe ich auf das Plus-Symbol und klicke auf Konto. Hier kann ich ein anderes als das vorgegebene Icon auswählen, den Namen des Kontos festlegen und entscheiden, ob ich mit einem Saldo beginnen möchte. Mein Konto heißt einfach Konto 1 und ich starte jetzt ohne Saldo. Als nächstes klicke ich auf Importieren und wähle die Datei aus, die meine Transaktionsdaten enthält. Diese Daten kannst du zuvor über deinen Online-Zugang von deiner Bank herunterladen oder auch direkt über eine Anfrage bei deiner Bank erhalten. Und im nächsten Fenster erfolgt jetzt die Zuordnung der Datenfelder. Es gibt einige Pflichtfelder, die ausgefüllt sein müssen. Diese sind mit einem Stern gekennzeichnet. Ich ordne jetzt meine Beispieldaten, wie hier gezeigt, zu. Und über Importieren werden die Daten dann dem Konto zugeordnet. Als nächstes stelle ich den Zeitraum auf das gesamte Jahr ein, damit alle Transaktionsdaten angezeigt werden und nicht nur die des aktuellen Monats. Und mit einem Klick auf Übersicht bekomme ich jetzt meine Einkünfte und Ausgaben schön übersichtlich angezeigt. Die Aufteilung der Ausgaben wird zusätzlich noch als Tortendiagramm dargestellt. Wenn du jetzt eine Einnahme oder Ausgabe selber erfassen möchtest, dann geht das über das angelegte Konto, indem du auf Konto klickst und dann weiter über Ausgabe oder Einnahme gehst. Alternativ geht das auch über alle Transaktionen und dann mit einem Klick auf Ausgabe oder Einnahme. Als weiteren Schritt kannst du jetzt den Betrag erfassen, das Konto und die Kategorien auswählen, sowie bei Bedarf die Empfängerdaten, die IBAN und noch eine Notiz hinzufügen. Und genau so würde das jetzt auch mit einer Einnahme funktionieren. Die Umbuchung von einem zum anderen Konto lässt sich hier ebenfalls sehr einfach durchführen. Als nächstes möchte ich jetzt die Anbindung eines Bankkontos zeigen. Hier können die Daten von über 2500 möglichen europäischen Banken direkt importiert werden. Und dazu klicke ich jetzt auf das Plus-Symbol und dann auf Neue Bankverbindung. Es folgt jetzt ein Hinweis, dass die Verbindung mit deiner Bank über den Internetbrowser erfolgt. Und hier in dem Fenster kannst du jetzt deine Bank auswählen. In unserem Beispiel nehmen wir natürlich nur Musterdaten, die über eine hier sogenannte Fake-Bank kommen. Anschließend kannst du jetzt hier an der Stelle deine Zugangsdaten für dein Bankkonto eintragen. Anschließend folgt ein Sicherheitshinweis, dass deine Daten schreibgeschützt in das Programm übernommen werden dürfen. Aktiviere dazu das Häkchen und klicke auf Bestätigen, um deine Einwilligung dazu zu geben, damit die Transaktionsdaten direkt in Aschampo Money Pro übernommen werden dürfen. Danach werden die Konten im Programm angezeigt. Da über eine Bankverbindung auch gleich mehrere Konten zur Verfügung stehen können, werden diese in Money Pro entsprechend so übernommen, wie auch hier in diesem Beispiel zu sehen ist. Die Transaktionen, die von dem angebundenen Bankkonto stammen, haben noch keine Zuordnung zu den Kategorien. Diese Zuordnung kannst du über das Symbol mit dem Stift hier manuell ganz einfach vornehmen. Um jetzt deine Sparziele optimal zu überwachen, steht dir in Money Pro eine Budgetfunktion zur Verfügung. Diese Funktion ermöglicht es, Finanzziele zu erstellen, die zeitlich und betragsmäßig begrenzt sind. Dies kann beispielsweise sehr hilfreich sein, um Ausgaben für bestimmte Kategorien wie etwa Amazon-Einkäufe zu begrenzen, indem ein monatliches Limit festgelegt wird. Im Folgenden zeige ich, wie dies eingerichtet wird. Gehe zu Budgets und klicke auf Budget hinzufügen. Vergib einen Namen, beispielsweise Amazon Shopping. Lege den Betrag fest. Wähle ein passendes Icon. Und stelle Start- sowie Enddatum ein. Ordne anschließend das Budget deinem Konto und noch einer Kategorie zu. Und mit einem Klick auf Speichern wird das Budget dann angelegt. Und wenn ich jetzt eine Transaktion für das Amazon Shopping einstelle, dann wird diese Ausgabe sofort über Budgets ersichtlich und auch grafisch dargestellt, wie viel Budget ich noch übrig habe. So, und das soll es als Einstieg in MoneyPro erstmal gewesen sein. Wir wünschen dir viel Freude beim Erreichen deiner Sparziele mit unserem Programm. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn dir das Video gefallen hat, lasse uns gerne einen Daumen hoch da und abonniere unseren Kanal, denn bei uns gibt es immer die besten Informationen zu den verschiedensten Programmen. Tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.